Ihr Fuss steht mittig auf dem Mono-Step. Verlagern Sie Ihr Körpergewicht nun auf diesen Fuss und belasten Sie den Mono-Step möglichst gleichmässig. Das nach vorne und hinten kippende Brett sollte möglichst nicht den Boden berühren. Achten Sie auf eine gleichmässige Bewegungsausführung. Sie sollten eine vermehrte Spannung in der Fuß- und Unterschenkelmuskulatur spüren.